Warum brauchen wir Plasmaspenden und warum brauchen wir vor allem regelmäßige Plasmaspenden? Unser Plasma wird oft unterschätzt. Bis zu 500.000 Liter Plasma werden jedes Jahr in Österreich gesammelt. Ob im klinischen Alltag, auf der Intensivstation oder bei seltenen Erkrankungen. Arzneimittel aus Plasma können Menschenleben retten. Dank verbesserter und schnellerer Diagnosemöglichkeiten können Krankheiten immer besser festgestellt und immer mehr Menschen zielgerichtet behandelt werden. Die Folge ist, dass der Bedarf am Blutplasma steigt und die Blutplasmaspende immer wichtiger wird. Doch Plasma-Präparate können nicht synthetisch hergestellt werden und der Herstellungsprozess vom Zeitpunkt der Plasmaspende bis zum fertigen Präparat kann zwischen sieben und zwölf Monaten in Anspruch nehmen. Deshalb ist ein kontinuierliches Sammeln von Plasma essentiell. Daher bitten wir Sie um Ihre Spende. Ihr Plasma kann Leben retten. Werden Sie zum Lebensretter. Ihr Philipp von Lauter.